Ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Play Starfield, Leute. Da sind wir wieder. Und wir sollen nun verhandeln zwischen ein paar zurückgebliebenen Menschen, die diesen ganzen Planeten für sich beanspruchen wollen, und den Einwohnern dieses Planeten. Ich bin mal sehr gespannt, wer von den beiden ihren Willen durchgesetzt bekommt. Mal schauen. Hallo. Ich bin jederzeit für dich da. Ich hoffe, du genießt es. Ich bin hier nur der Vermittler. Ich bringe nur das rüber, was sie gesagt haben. Aber ich werde auf gar keinen Fall mich auf ihre Seite stellen. Denn wenn sie glauben, dass die alle einfach ihren Planeten hier evakuieren, sind die doch ganz schön lost. Du kannst hier nicht einfach reinstürmen. Hast du einen Termin? Was willst du denn jetzt? Ihr habt dein Schiff im Orten und ich will helfen. Oh, dann warten schon alle auf dich. Brauchst du noch etwas von mir, bevor du dich mit dem Vorstand triffst? Nein. Ich bin jetzt bereit. Dann viel Spaß im Haifischbecken. Und keine Sorge, sie nennen es selber so. Ich komme schon klar. Ich habe schon sehr viel durchgemacht in diesem Spiel. Ich finde einfach, wir sollten uns auf die natürliche Schönheit des Planeten konzentrieren. Da draußen gibt es Millionen anderer Planeten, die man besuchen kann. Die Resort-Einrichtungen sind doch genau das, was uns von ihnen unterscheidet. Sie sind sogar das Einzige, was wir wirklich zu bieten haben. Ich will aber nicht riskieren, dass wir wie ein künstliches, dubioses und vermülltes Dreckloch wie Neon wirken. Wir sind anders. Wir haben hier etwas Besonderes. Konzentrieren wir uns darauf. Balaam hat recht. Danke, ich... Wir wollen nicht mit Neon konkurrieren. Bayou ist skrupellos. Will die Konkurrenz mit jedem Mittel ausschalten. Diese Art von Ärger brauchen wir nicht. Allerdings sollte es einen Mittelweg geben. Wir könnten die Strände ausbauen, eine Freizeitparkpromenade anlegen. Ich dachte auch schon an künstliche Thermalquellen. Sowas in der Art. Klingt gut. Wenn es nicht wichtig ist, geht damit zu Chibi. Mir wurde gesagt, dass ich mit dir über das seltsame Schiff im Ordnung reden soll. Jiro sagt, du kommst in diplomatischer Mission? Herzlich willkommen. Normalerweise würde ich dir ja erstmal einen All-Inclusive-Aufenthalt anbieten. Das wäre schön. In Anbetracht der Umstände komme ich einfach direkt auf den Punkt. Unsere Freunde, die Aliens da oben, bereiten unserem Resort alle möglichen Probleme. Na, gefällt dir das? Ist von unserem Marketing-Team. Die Idee ist die, falls wir sie nicht loswerden, könnten sie noch mehr Touristen anlocken. Kommt und erlebt die Aliens! Oh Mann. Warum die Dringlichkeit bei dieser Sache? Wir führen ein erstklassiges Urlaubsresort. Wenn unsere Gäste Geschichten über ein altes Schiff im Orbit fabrizieren, ist das schlecht für uns. Momentan müssen wir unseren Luxusliner zur anderen Planetenseite umleiten, damit es niemand sieht. Das ist schlecht fürs Geschäft. Wir müssen die Sache im Keim ersticken, bevor sie eine Eigendynamik entwickelt und außer Kontrolle gerät. Darauf fällt doch niemand im Leben rein. Die Leute fallen auf alles Mögliche rein. Essenzen aus einheimischen Inselfrüchten zum Beispiel. Das sind genau die Früchte, die wir vor Ewigkeiten von der Erde mitgebracht haben. Aber die Marge ist fast zehnmal höher. Aber du hast recht. Das mit den Aliens kauft uns niemand ab. Das Marketing-Team wird gefeuert. Also, was hat es mit diesem riesigen Schandfleck von Schiff auf sich? Außer, dass es die Leute verschreckt. Es ist ein Generationenschiff voller Kolonisten von der Erde. Sie waren 200 Jahre unterwegs. Ja, das wird nix. Aber könnten wir nicht ihr Schiff mit einem Grafantrieb ausrüsten, damit sie ein neues Zuhause finden? Das wird auch nix. Unsere Techniker könnten ihnen helfen und die Sternenkarte ihres Käpt'ns aktualisieren. Wäre das nicht was? Klingt teuer. Wir können diese Kosten nicht tragen. Vermutlich besitzen sie nicht mal eine kompatible Währung oder ausreichend Sachwerte. Jemand müsste die Kosten für uns übernehmen. Ganz ehrlich, am besten wäre es, dieses Schiff würde einfach nicht mehr existieren. Aber Seamers Vorschläge sind für mich okay. Sag mir einfach, was du machen willst. Ja, warum sie nicht einfach auf die andere Seite des Planeten ansiedeln können, haben wir schon gefragt. Das wollen die ja auch nicht. Nicht mehr existieren. Willst du damit sagen, ich soll das Schiff zerstören? Ich will damit gar nichts sagen, außer der Tatsache, dass unser Leben ohne dieses Schiff einfacher wäre. Interpretier das, wie du willst. Boah, ich kann auch hingehen und die einfach aller killen. Ich könnte einmal ein richtiger Arsch sein und das wirklich machen. Und da wirklich einfach mal die Bude stürmen und sie alle abschlachten. Wenn sie hier leben würden, wären sie also leibeigene. So habe ich das nicht gesagt. Es wäre ein Deal, bei dem sie Kost und Logis im Austausch gegen Dienstleistungen erhalten. Natürlich lässt sich nicht sagen, wie lange dieser Deal dauert. Schließlich würde ihre kurz- bis mittelfristige Unterbringung und Verpflegung für uns einen enormen Kostenaufwand bedeuten. Langfristig würde das Resort allerdings Betriebskosten einsparen, da wir einen Teil unseres bezahlten Personals entlassen könnten. Ja, toll. Die wollen aber, dass ihr alle geht. Versteht ihr? Ich denke, ich habe mich entschieden. Und, welches Angebot wirst du ihrem Käpt'n vorlegen? Es gibt doch einen Käpt'n, oder? Ich kaufe keinen Grafantrieb und dass sie so anders hinfliehen können, weil da muss ich selber wieder Geld bezahlen. Ich musste schon mal Geld aus... Ne, Quatsch. Ich hätte fast schon mal Geld aus eigener Tasche bezahlen müssen, wenn ich nicht so lange gesettet hätte, bis wir überzeugen konnten. Das will ich nicht nochmal machen. Ja, wie ich so ein Schiff verschwinden lassen kann, ist ganz einfach. Im Weltraumkampf halt einfach abschießen, ne? Endern. Die Crew killen. Und wenn sie trotz allem weiter darauf bestehen, dass ihr Anspruch auf diesen Planeten älter ist. Damit würden sie vor keinem Gericht durchkommen. Unser Anspruch geht Jahre zurück. Er wurde aufgrund der Centaurus-Erklärung bei den Colonies und dem Freestar Collective registriert. Wir sind zwar nicht Teil der besiedelten Systeme, aber offizieller geht es nicht. Tut mir leid, aber du wirst ihnen klar machen müssen, dass sie entweder Kompromisse machen oder von hier verschwinden müssen. Das mache ich auch. Ich werde versuchen, sie zu überzeugen, sich hier niederzulassen, wenn das nicht funktioniert. Und da werde ich auch nicht resetten. Wenn es nicht funktioniert, dann schlachte ich sie ab. Das hört sich jetzt richtig krass an. Also wenn wir sie nicht überzeugt kriegen und ich werde da jetzt nicht tausendmal resetten wie bei dem anderen, wie bei der anderen Quest. Weil es gibt ja auch die Möglichkeit, dass wir die einfach alle killen und dann kriegen wir unsere Belohnung ja trotzdem von denen hier, schätze ich mal. Man könnte auch mal diesen arschigen Weg gehen. Also ich werde erstmal wieder den diplomatischen Weg versuchen, so wie wir das immer machen. Sollte das fehlschlagen, gibt es da einen Kampf. Und da habe ich auch Bock drauf, muss ich sagen. Okay, wenn sie die Bedingungen annehmen, habe ich eine Liste mit Ressourcen, die du beschaffen musst, damit wir die Neuankömmlinge unterstützen. Willst du mich verarschen? Wir müssen unsere Unterkünfte und Infrastruktur verbessern und für zukünftige Projekte eine wachsende Bevölkerung einberechnen. Mir ist egal, wie du es anstellst, aber dieser Deal ist erst dann beschlossene Sache, wenn du mit den Ressourcen vor mir stießt. Haben diese Leute nicht Besseres verdient? Sie haben so lange im All überlebt und sollen jetzt in Knechtschaft enden? Das ist furchtbar. Okay, ich danke dir im Namen der Paradiso Group für deine Hilfe. Ja, es war nicht die allerbeste Entscheidung. Es war nicht die aller... Ich will einfach dafür sorgen, dass Paradiso ein Paradies bleibt. Aber wenn ich das Schiff verschwinden lasse, ist es auch ganz schlimm, ne? Also ihnen einen Grafantrieb an... Es muss einiges getan werden, um für die Kolonisten Platz zu schaffen. Ja, das ist halt natürlich... Aber ist es jetzt so mein Problem, wenn die hier halt, ne, dann unter diesen Leuten regieren? Ich meine, die sagt auch sowieso bestimmt nein, oder? Die will doch sowas eigentlich gar nicht. Ich hätte jetzt auch gar nicht gedacht, dass die dazu ja sagt, so nach dem Motto... Also, ich dachte, ich denke, sie wird das ablehnen, oder? Oder kann ich jetzt wirklich dafür sorgen, dass die sich da niederlassen mit denen? Weil eigentlich war sie grundsätzlich dagegen und wollte diesen Planeten ganz alleine besiedeln. Wenn sie... Wenn sie das immer... Was machst du denn hier? Was... Was ist das denn hier? Sarah, lass das bitte. Was auch immer du da tust, du musst das unterlassen. Ähm, warte mal. Ich muss erst mal abheben, ne? Landestützen eingeholt. Dann geht's. Jetzt muss ich Ressourcen noch besorgen. Zufällig noch Ressourcen besorgen, oder was? Ich hoffe, die wehren sich einfach und sagen, nö, mach ich nicht. Und dann fangen einfach ein Kampf an. Und dann metzeln wir die einfach alle nieder. Das war so die Hoffnung, die ich hatte. Fantastische Aussicht. Wunderbare Aussicht. Ja, lass mich jetzt mal bitte... Alter, ich sehe nichts. Du bugst, du bugst in mich rein und ich sehe gar nichts. Okay, jetzt, alles klar. So, jetzt docken wir mal da an. Wir gucken mal, was die dazu sagen. Aber scheinbar kann man das auch auf diplomatischem Wege lösen. Gut. Ich brauche aber... Ich brauche aber keine Entscheidung mehr zu treffen, die Sarah gefallen. Schließlich ist sie schon mit mir verheiratet. Sie hat die Arschkarte. Das ist alles schon zu spät. Sie kann machen, was sie will. Gelübde ist Gelübde. Jetzt kann ich auch einen Arsch sein und alle killen, die mir über den Weg laufen. Das ist scheißegal. Ja, das habe ich ja dann auch schon gesagt gehabt, ne? Die haben sich da ihre Pflanzen angebaut und dann hat das gepasst. Sag mal, wo zum Geier bin ich hier jetzt eigentlich schon wieder? Also, es ist immer wieder schön, hier auf diesem Schiff zu versuchen, sich zurechtzufinden und mal irgendwie eine Etage höher zu kommen. Warte mal, hier ist doch der Elevator. Ah, ich bin lost. Okay, alles klar. Äh, Kommando-Ebene müssen wir. Siehste, da sind wir eigentlich schon da. So gut wie. Ach, sie schläft. Da du jetzt hier bist, hat meine Crew endlich die Chance auf ein neues Leben. Ich bin mit Neuigkeiten wieder da, die werden dir nicht gefallen. Und, was sagen sie? Ihr könnt euch dort niederlassen, müsstet aber eure Schulden abarbeiten. Das ist doch gar nicht so schlecht. Die Crew muss ohnehin lernen, den Unterhalt zu verdienen. Klingt annehmbar. What? Ist das alles? Du wolltest... Du wolltest vorher gar nichts machen. Du wolltest vorher, dass diese Leute von da verschwinden. Und jetzt ist es dir scheißegal? Und du findest es sogar annehmbar und akzeptabel, dass du da abarbeiten musst? Hä? Wie schnell änderst du denn deine Meinung? Sie brauchen mehr Ressourcen, um euch aufzunehmen. Habt ihr etwas übrig? Da überzeuge ich sie jetzt, aber... Das kann ich gerade nicht sagen. Doch, kannst du. Ich brauche nur plus vier. Kannst du wirklich nichts entberen? Ich tue das alles für dich. Ich denke darüber nach. Vielleicht können wir noch Ressourcen zusammenkratzen oder... Ja, ich habe keinen Bock, die selber aufzutreiben. Das höre ich gern. Ich bin noch redebereit. Sprich am besten mit Daisuke. Ergib dir, was wir übrig haben. Wenn du Erfolg hast, finden wir bestimmt eine Möglichkeit, unsere Schulden bei dir zu begleichen. Ja, es ist... Okay. Es ist Volker. Das ist okay. Ist okay. Vergiss nicht, allen von uns... Also, wenn wir das alles hier total diplomatisch regeln und jeder geht hier wieder seinen Weg und alles ist chillig, ist alles okay. Ich hätte dieses Schiff einfach verschwinden lassen sollen, ey. Ich müsste eigentlich wissen, wer das ist, aber es ist mir entfallen. Ich hätte dieses Schiff verschwinden lassen sollen. Jetzt muss ich hier 20 Milliarden Ressourcen sammeln. So ein Schiff wie dein ist. Aber wie gesagt, er soll mir was abgeben hier. Hi. Oh. Äh. Ja. Was ist los? Hi, ich bin Tifotix. Ich bin wohl die erste Person von außerhalb des Schiffs, die du triffst. Freut mich. Und ja, stimmt. Du kannst dir ja vorstellen, dass hier jeder jeden kennt. Für uns ist das etwas völlig Neues, Menschen kennenzulernen. Alles gut, alles gut. Du wirst dich dann gewöhnen. Ja, ich weiß. Aber es ist schon komisch. Wir waren einfach nie auf so etwas vorbereitet. Wir wurden in ein Universum geboren, in dem wir wirklich glaubten, wir wären die einzigen Menschen. Tut mir jedenfalls leid, dass ich wie gelähmt war. Ich hatte einfach nicht damit gerechnet, dass unser Besuch von außerhalb mit mir plaudert. Ich dachte, du bist beim Käpt'n. Ich bin Daisuke, der Versorgungsmanager des Schiffs. Kann ich dir denn irgendwie helfen? Sonst plaudere ich auch gerne einfach mit dir. Nee, nee, du kannst mir ruhig helfen. Du brauchst ein paar Ressourcen. Ja, sie hat mir eine Nachricht geschickt. Ist alles hier. Mehr haben wir nicht. Also, hoffentlich hilfst du uns trotzdem weiter. Brauchst du noch was? Also, wir haben... Alter, was? Wir brauchen noch mehr Fasern, Dichtmittel, Eisen und Lithium. Und es war so viel davon. Boah, willst du mich verarschen, ey. Das sind ja echt viele Ressourcen. Ist das eine Art Laden? Eigentlich nicht, nein. So funktioniert das hier nicht. Es ist kein Laden wie in Büchern und Filmen oder... Da, wo du vermutlich herkommst. Fast alles ist kommunal und wird geteilt. Aber manchmal will jemand auch etwas Zusätzliches oder Besonderes für sich selbst. Und dann kommen sie eben zu mir. Hauptsächlich führe ich Inventur und helfe die Vorräte zu rationieren, damit sie uns nicht ausgehen. Mach's gut. Also, ganz ehrlich. Ich glaube, ich mache hier mal den Arschloch-Move. Ähm. Vielleicht lasse ich dieses Schiff ja doch einfach verschwinden, wisst ihr? Das sind so viele Ressourcen. Ich habe keinen Bock, die alle zu sammeln. Warte mal, was ist denn das jetzt hier? Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Okay, ne, hier haben wir schon verhandelt. Das ist schlecht. Hier noch nicht. Hier. Hier muss ich wahrscheinlich wieder laden. Das ist, wo wir angefangen haben. Ganz am Anfang des Parts. Ähm. Da sind wir doch ein paar sehr viele Ressourcen, die wir hier... Also, ansonsten muss ich halt Geld ausgeben, ne, Credits. Wahrscheinlich wieder 50k oder so. Für deren scheiß Gravitationsansprung. Oder? Aber wir lassen das Schiff einfach mal verschwinden. Wir sind einfach mal der Bad Boy. Boah, das ist natürlich schon echt arschig, ne? Boah, da sind zwei... Die reisen seit 200 Jahren durchs All und wollen endlich einfach nur ankommen. Und ich puste die einfach nur aus der... Aus ihrer Existenz raus. Ohohoho. Aber man muss auch einfach mal sowas machen, okay? Wir versuchen den Gästen aus dem Weg zu gehen. Heute muss man vielleicht einfach mal sowas machen. Wunderschöner Tag, hm? Oder aber wir bezahlen ihnen dann wirklich ihren Gravitationsdings da, dass die halt einfach dann... Du kannst hier nicht einfach... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Dann viel. Deine Sicherheit ist unsere Priorität. Ich nehme mir etwas... Giro sagt, du kommst in Anbetracht... Na? Kef. Ah, jemand... Wow. Sie werden sich garant... Also Leute, was... Sie könnten hierbleiben. Unsere Technik... Klingt teuer. Jemand. Ganz ehrlich. Und? Welches an... Ne, sie werden sich nicht hier niederlassen. Mal rein theoretisch. Wie könnte man so ein Schiff denn verschwinden lassen? Sag mir einfach nur, wie das gehen würde. Weil ich so etwas überhaupt nicht im Sinn hatte. Natürlich nicht, klar. Es ist ein Wunder, dass dieses alte Schiff in relativ kurzer Zeit so weit gekommen ist. Die müssen bis ans Limit gegangen sein. Ein Technikerkumpel hat mir mal erzählt, dass sich die Reaktoren auf diesen alten Schiffen bei Überlastung gerne mal selbst zerstören. Aber ihre Leute haben bestimmt darauf geachtet, nicht übers Limit zu gehen. Jemand müsste vermutlich die Sicherheitssysteme im Reaktorkomputer überbrücken. Hey, ich... Hey, zufällig... Glaub ja nicht, dass das in irgendeiner Form akzeptabel wäre. Du kannst nicht einfach ihr Schiff in die Luft jagen. Doch. Doch, theoretisch kann ich das. Ich bin Cybersecurity-Hacker-Typ, ne? Nur mal so. Klar geht das. Wieso geht das nicht? Aber kann ich das wirklich nicht, oder was? Ich will ihn nicht den Grafantrieb kaufen. Ah, gute Entscheidung. Dann schau mal bei Bennu St. James drüben bei... Überlade den Reaktor. Der ist der Beste hier. Wenn jemand einem 200 Jahre alten Schiff einen Motor... Hä, was ist denn mit den Stimmen manchmal los? Warum hat er eine ganz andere Stimme jennt als vorher? Ja, der ist ein Techniker mit seinen Codes. Eventuell musst du aber den Leuten auf der Constant bei den Vorbereitungen helfen. Viel Glück. Ich weiß, das war eine schwere Entscheidung. Aber wenn du mich fragst, war das die richtige Wahl. Wenn die Alternative die Zerstörung ihres Schiffs und ein Leben in Knechtschaft ist, dürfte das die beste Chance für diese Menschen sein. Okay, ich danke dir im Namen der Paradiso Group für deine Hilfe. Nichts für ungut, Sarah. Nichts für ungut. Aber ich glaube, ich nehme mir das Optionale. Ich glaube, wir sprengen diese Motherfucker einfach in die Luft. Es tut mir ja wirklich leid, ne? Dieser Reaktor muss doch vielleicht auch einfach mal überladen sein. Ich muss doch mal einmal, ich muss doch mal einmal die Badass-Entscheidung treffen dürfen, ne? Das muss doch auch mal möglich sein hier jetzt. Wir waren ja wohl immer der Liebe und Artige. Vielleicht kann man diesen Reaktor jetzt einfach mal überladen. Und dann müssen wir natürlich dieses Schiff auch wieder schnell, so schnell wie möglich verlassen, ne? Sonst pustet uns das gleich mit ins All. Ich habe aber keinen Bock dafür zu bezahlen, ne? Ich weiß nicht, ob die von Hope Tech... Vielleicht geben die mir das ja auch gratis oder so. Ich meine, ich habe ihren Chef da umgebracht, ne? Also mit Hope Tech habe ich nicht so die besten Beziehungen überhaupt, ne? Da gab es schon mal so ein paar Streitigkeiten. Vielleicht ist das ja alles schon wieder Schnee von gestern, wer weiß. Von hier oben sieht es so friedlich aus. Man könnte aber deren Schiff auch einfach mal so ein bisschen in die Luft sprengen. Oh, wir jagen jetzt 200 Jahre alte Kolonien in die Luft. Sorry, sorry. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, Leute. Aber wir kommen hier jetzt auf keinen gemeinsamen Nenner. Es ist wirklich nicht meine Schuld, sondern eure. Okay? Ich möchte nur, dass ihr das wisst. Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben und nicht mir. Ja, meine Waffe werdet ihr auch nicht in Aktion sehen, sondern meine Cyber Security Hacking Skills. Wir haben hier strenge Regeln, aber sie sind nicht viel. Äh, ist das auch wieder Kommando-Ebene? Ich weiß es nicht. Diesmal wird mir das nicht ange... Aber ich schätze mal schon. Ja, hier. Und zwar muss ich das Ding jetzt hacken, ne? Mit ECS Constant Reactor Terminal Schlüssel. Kann ich denn einfach klauen von jemandem? Boah, ich muss jetzt mal wirklich... Abbrechen. Einer... Ja, 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 ja. Wenn die anderen wüssten, wie oft die Constant fast auseinandergefallen wäre... Oh, es gibt eine Chance, dass man das schafft zu stehlen. Geil. Und das hat doch jetzt funktioniert... War das der Schlüssel? Ja, ne? Ja, er hatte den Schlüssel. Er hatte einfach den Schlüssel. Also. Nur für qualifizierte Techniker. Ja, ja, klar. Klar, klar. Sicher konnten... Seitdem durch Nachlässigkeit verursachten Reaktorunfall im Jahr 2267 ist für die Überschreitung des Reaktorenergieniveaus über das Maximum die Autorisierung des Kapitäns erforderlich. Nur in Notfällen über das Maximum hinaus. Äh, Reaktorcomputer? Notfallüberbrückung des Reaktors. Bestätige die Überbrückung. Hohohoho, ja. Wir sind mal der böse, böse. Der böse, böse Mensch hier. Harte Zeiten erfordern harte Mittel. Möge Gott mir für diese Tat verzeihen. Wir haben hier strenge Regeln, aber sie sind nicht ohne Grundschuld. Genau. Warte mal, aber... Die sehen mich hier ja auch, ne? Die sehen mich ja hier. Kann ich mich hier trotzdem einfach reinhacken und das jetzt zum... Und dann muss ich hier aber schnell wieder weg, oder? Greifen die mich dann auch gleich an, wenn ich das hier mache? Oder ist das okay für die, wenn ich hier mal rangehe? Ich muss hier jetzt mal ran, Jungs, ne? Vielleicht ist das ja okay für euch. So, wenn wir die... Dann haben wir noch zwei unten und dann noch irgendwie so zwei oben. Vielleicht so hier, ne? Ist das das hier? Ne. Ne, das war schlecht. Das war schlecht. Das war schlecht. Das war nicht richtig. Diese beiden gehen theoretisch. Dann ist es der hier, oder? Ja, und dann der hier. Uns wird ja bei Lehrlingen mit blau angezeigt, welcher richtig ist. Och, das war schon wieder... Das war schon wieder falsch. Es muss aber nicht immer der sein, theoretisch. Aber jetzt ist es der. Okay, warte. Okay. Okay. Brück-Computer des Kapitäns. Nachrichten. Keine Erdbeeren. Ich wollte nur mitteilen, dass wir keine gefriert, getrockneten Erdbeeren mehr haben. Manche Mitglieder der Crew haben mich gedrängt. Ich sollte den Saatgut-Tresor öffnen, damit Janett mehr pflanzen kann. Aber ich muss leider immer verneinen. Ich musste leider verneinen. Selbst wenn ich es wollte, würde das riskieren mehr als... Okay. Ja, Anfrage bestätigen, ne? Rein da. Fliehe zu deinem Schiff. Oh Gott. Alles gut. Oh Gott, oh Gott. Die schießen ja auf mich. Okay. Dann geht's wohl doch in Kampf. Aber ich muss fliehen, ne? Ich kann hier nicht so lange bleiben. Ähm. Ich kann hier nicht looten. Doch, kann ich. Dann gibt's hier jetzt doch mal ein kleines Massaker, würde ich sagen. Ich muss ja jetzt auch... Ich muss mal fliehen hier jetzt, ne? Wenn ich hier nicht fliehe, dann... Geh ich hier gleich mit drauf. Ich bin hier rauf! Äh. Alter, die schlagen mich! Hallo! Ich kann das nicht! Ich bin hier raus! Ich habe ja gar nicht mehr die Zeit, um alles zu looten, ne? Um mal ein bisschen zu klauen oder irgendwie sowas. Ich muss jetzt hier raus. Scheiße, ich habe mich verlaufen. Ich explodiere hier mit, wenn es so weitergeht. Alles deine Schuld, Sarah. Du hast mich dazu gezwungen. Sag mal, bin ich gerade irgendwie einfach... Bin ich... Warte mal. Also erstmal, bin ich überladen gerade? Ne, bin ich nicht. Ich laufe einfach... Ich renne einfach nur gerade zu viel. Das zweite, was ich mich frage, ist, wo zum... Gottverdammten Geier kam man hier nochmal raus? Ach, hier. Warte, 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 warte. Äh. Wartungsebene, oder? Ich weiß nicht mehr, welche Ebene jetzt die war, wo wir... Wir müssen auf jeden Fall mal ganz schnell hier weg jetzt. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Ich werde euch nicht abschießen, aber ihr werdet hier gleich durch eine Explosion sterben. Also macht, dass ihr irgendwie hier wegkommt. Oh Gott, ich muss machen, dass ich hier irgendwie wegkomme. Wie komme ich zu meinem fucking Schiff? Kann ich schnell reisen eigentlich? Kann ich? Ne. Weil wir gerade in einem Kampf sind, theoretisch. Scheiße. Sag mal, ich habe total den Weg verpasst, ne? Sag mal, wie komme ich denn hier wieder zurück zu meinem Schiff? Ich bin doch auch komplett... Ich bin doch komplett wahnsinnig auch. 300 menschliche Gegner eliminieren. Toll. Das ist ein Erfolg, auf den ich stolz bin. Boah, scheiße. Äh, Jungs. Ich wollte das alles nicht. Ich wollte das wirklich nicht. Ihr müsst mir das glauben. Ach, du Gottverdammte Scheiße. Ich regeneriere auch kein O2, ne? Keinen Schrott mit. Ich weiß nicht mehr, wo ich hier rauskomme, ne? Es ist wirklich... Es ist ganz schrecklich hier irgendwie gerade. Wo komme ich hier nochmal raus? Ich muss... Ich muss zum Lift nochmal. Ich muss nochmal zum Lift. Ich glaube, die Wohnungsebene ist richtig. Nicht die Wartungsebene. Ich verschwende hier gerade unnötig Zeit und Medipacks. Aber ich glaube, das explodiert auch erst, wenn ich hier raus bin, oder? Weil sonst wäre es ja schon längst explodiert. Alter, verpisst euch. Das ist schrecklos. Sag mal, willst du mich verarschen? Hau ab da jetzt. Stellt die sich da noch mitten in den Weg, oder? Ich glaube, es hackt. Ich bin ständig... Ich habe ständig keine Ausdauer mehr, ne? So, jetzt aber. Jetzt aber. Raus hier. Rein in mein Schiff und weg hier. Puh. Okay, bin ich noch im Kampf, oder kann ich jetzt... Ne, ich kann jetzt wieder schnell reisen. Gut. Also, das war alles ein bisschen holpriger und mit ein paar mehr Stolpersteinen, als ich gedacht habe. Ich habe mir das ein bisschen leichter vorgestellt. Aber ich muss sagen, jetzt, wo wir erstmal entkommen sind, fühle ich mich schon viel besser. Kein Schiff, keine Probleme, würde ich einfach mal sagen. Jeder hat, was er will. Ich habe mal eine Schandtat begangen. Ich fühle mich echt nicht so gut, muss ich sagen. Also, ich hatte mir das irgendwie geiler vorgestellt. Das war... Wunderschön. Kannst du dir einen friedlicheren Ort für einen Resort vorstellen? Das war alles, äh... Ja, das war... Meine Erfahrung. Wir haben jetzt mal kein Geld ausgegeben, wir wussten keine Ressourcen sammeln. Ich würde eh... Haben jetzt so ein paar Menschen auf dem Gewissen. Na ja, mein Gott. Das ist alles okay. Alles super. Ich weiß, wo es herkam. Es ist explodiert, das Kolonistenschiff. Oh, Wahnsinn. Äh, ich meine... Oh, ho, ho, ho. Unglaubliche Tragödie. Aber halten wir uns damit nicht zu lange auf. Alter, er ist ja noch ein größerer Arsch als ich. Ich nehme an, die Beseitigung des Problems ist mit einer Art von Bezahlung verbunden. Absolut. Jede Summe, die ich dir gebe, verblasst im Vergleich zu dem, was uns diese Situation noch gekostet hätte. Das sehe ich ganz genauso. Wir wissen, wie du es geschafft hast. Hauptsache, du hast den Job erledigt. Richtig. Außerdem kannst du unser Resort ab jetzt unangeschränkt nutzen. Lohnt natürlich bis zu einer gewissen Grenze jedenfalls. Du weißt, wie das ist. Anwälte wie? Tja, dann mal viel Spaß und schönen Tag noch. Ja, ja, danke. Also schön, mit dir Geschäfte zu machen. Wirklich, war einfach frei. Super. Dein Name wie Paradiso ist das Marketing praktisch ein Selbstloch. War schön, ne? Oh, Sweetie. Oha, mit Spitzname schon. Mit Spitzname. Es geht weiter bei uns. Es geht weiter bei uns. Krass, so hat sie uns vorher noch nicht genannt. Es geht bergauf. So, jetzt machen wir die Hauptquest weiter, Leute. Jetzt sprechen wir mit Wladimir. Jetzt können wir nämlich Sarah auch wieder wegschicken. Wollen wir zwar eigentlich nicht, aber ich schätze mal, jetzt haben wir eine Zeit lang Wladimir irgendwie am Hals. Und dafür mussten wir Sarah erstmal heiraten. Dann passt das ja jetzt. Also, essen wir im Sagebrook oder snacken wir nur kurz was bei Terra Brew? Wir essen jetzt gerade gar nichts. Wir arbeiten. Was hältst du denn davon? Terra gibt für die Loge einen Haufen Geld aus. Aber sie ist jeden Credit wert. Au. Zu viele Kniebeugen. Der Pumper wieder. Sorry für die Störung. Aber ich habe eine Bitte. Ein Großteil der Technik des Auges ist über den Jordan gegangen. Ja, okay, das wissen wir schon. Sarah und Walter haben die Niveau. Das wissen wir auch schon. Ich spiele gerne in den Augenarzt. Oh, oh, da haben wir aber ordentlich was gekriegt. Ordentlich. Mein Gott, sind wir reich. Und jetzt kann ich das Ding mit dem Plündern skillen, dass wir Munition finden beim Plündern. Zack. Überzeugen könnten wir auch weiter skillen. 20% Erhöhung, dass wir jemanden dann auch tatsächlich überzeugen können. Und ganz ehrlich, ey, das ist so notwendig, wenn man so oft überzeugen muss. Begib dich zum Auge. Ja, wo ist denn das? Das ist einfach hier im Orbit wahrscheinlich. Ich muss erstmal abheben mit dem Schiff und dann wieder zum Auge hinfliegen. Genau, es gibt noch diese Vanguard. Das ist wahrscheinlich nochmal so eine eigene... Das sind so wie die Gilden in Skyrim und Oblivion. Wir haben vom Freestyle Collective auch nur so ein paar Quests gemacht. Na, wobei, da haben wir schon ein bisschen mehr reingeguckt. Aber Vanguard zum Beispiel haben wir noch überhaupt nichts gemacht. Dann gibt es noch diese Ryujin oder so. Da haben wir auch noch gar keine Quests von gemacht. Also da gibt es schon noch ordentlich Content, ne? Was man machen könnte. Diese ganzen Jobs können wir auch nochmal irgendwann annehmen. Es ist extrem unhöflich vom Universum, dich nicht überall mit einem Feuerwerk zu begrüßen. Für einen Star wie dich wäre das doch das. Hä? Ja, das Auge ist hier. Wie komme ich denn da jetzt am schnellsten hin? Ach, da kann ich auch einfach hinreisen. Wollte gerade sagen. Da war ich ja auch schon mal, deswegen müsste ich da auch einfach hinreisen können. Perfekt. Hat funktioniert. Oh Gott. Schnell. Schnell andocken, bevor ich dagegen krache. Ey, unser Schiff ist so schnell, dass ich teilweise gar nicht die Zeit habe, anzudocken. Wenn ich jetzt mit maximaler Geschwindigkeit fliege. Unglaublich, ey. Schau bei allen vorbei. Ey, würdest du diese Platten für mich verschweißen? Ach, ist schön hier oben. Wir sollten Blatt häufiger besuchen. Ach, das ging fix. Jetzt muss ich nur noch einiges prüfen. Sehr gut. Freut mich, dass ich helfen konnte. Wie sieht es bei dir aus? Würdest du diese Teile mit mir installieren? Ja, klar. Diese neuen Scanner müssen installiert werden. Hilfst du mir dabei? Jo. Wir sind fertig. Danke. Keine Ursache. Freut mich immer wieder zu helfen. Immer wieder. Deine Hände sind nicht verbrannt. Ich richte neue Software. Checkst du sie auf dem Computer da? Jo. Verbindung testen. Ping an die Loge. Erfolgreich. Das nenne ich Teamwork. Perfekt. Für den Datenaustausch zwischen Dojo und Auge sollte das eine echte Hilfe sein. Hilfst du mir mal? Wir sollten diese Sachen ordentlich festschrauben. Natürlich helfe ich dir. Ich habe kurz einen Schraubenschlüssel. Ich habe kurz einen Schraubenschlüssel. Hilfst die Ausrüstung mit einem Schraubenschlüssel festzuziehen. Doch dann gibt es einen Funken und aus einem der Stromkästen steigt Rauch auf. Das sollte wohl nicht passieren. Fragst du Vladimir deswegen? Ja okay, was gibt es zum Abendbrot? Ich kochste mir dafür was Schönes. Ich habe vergessen ein paar Gleichungen zu checken. Gehirn kaputt. Werde vergesslich. Sarah und ich sind bei den Reparaturen auf Probleme gestoßen. Ist schlimmer als ich dachte. Ein paar der neuen Teile mucken auf. Das wird eine Weile dauern. Ich habe bei der Bestellung der Teile zu wenig auf Kompatibilität geachtet. Ich bleibe hier bis es repariert ist. Verschone dein Haupt von Asche. Helfen kannst du aber gerne. Während wir hier mit der Augenoperation beschäftigt sind, will ich dir noch wegen was anderem das Ohr spitzen. Na gut, kannst du gerne machen. Im nächsten Part von Starfield. Also vielen Dank fürs Einschalten. Wir haben ein Problem gelöst in diesem Part. Und wir werden auch viel mehr Probleme lösen. Natürlich nicht immer auf diese Art und Weise. Sarah Morgan ist jetzt wieder unsere aktive Begleiterin. Das hat jetzt auch nicht sehr lange gebraucht. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.